Hallo und willkommen in meiner Küche. Wie bereits angekündigt, mache ich heute ein Video zu Hummus mit Lammfleisch. Das ist ein Essen aus dem Nahen Osten und ist natürlich unheimlich lecker, denn sonst würde ich es ja nicht zeigen. Man benötigt Hummus, das ist ein speziell zubereitetes Kichererbsenpüree. Wie man das selber macht und das lohnt sich wirklich, zeige ich in einem anderen Video. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und zu Hummus isst man am besten Pita Brot. Wie man das macht, zeige ich in diesem Video. Der Link findet sich ebenfalls unten in der Beschreibung. Beides selber zu machen lohnt sich. Wer sich aber die Arbeit gemacht hat, kann auch noch ein bisschen Fleisch und Gemüse braten und anrichten. Nachdem ich das Pita Brot fertig gebacken habe, habe ich ja die immer noch sehr heiße Pfanne und in diese gebe ich mein gehacktes Lammfleisch. Zum Braten muss es nicht groß zubereitet werden, einfach hinein in die Pfanne. Unser Lebensmittelhändler lässt es für mich immer zweimal durch den Fleischwolf, er meint, das wäre besser. Ich salze das Fleisch ein wenig und gebe dann noch etwas Harissa dazu. Das ist eine Gewürzmischung und ich denke das Wort Harissa steckt darin, das bedeutet scharf. Also lieber erst mal vorsichtig damit umgehen. Ist das Fleisch durchgebraten, nehme ich es aus der Pfanne und lasse es in einer Schüssel abkühlen. In die noch immer heiße Pfanne gebe ich nun Zucchini-Scheiben, die 1 cm dick sind. Aubergine-Scheiben könnte man genauso schneiden und anbraten. Alles lasse ich nun 5 bis 10 Minuten bei ganz geringer Hitze langsam braten. Außerdem habe ich noch Zwiebeln geschält, geviertelt und lasse sie auf der Schnittfläche ebenfalls langsam garen. Damit die Zwiebel nicht in ihre Einzelteile zerfallen, muss man beim Zubereiten darauf achten, dass man den Wurzelstrunk nicht abschneidet, denn der hält die Schichten der Zwiebel zusammen. Nun wird alles gewendet. Bei den Zwiebeln muss man trotzdem etwas behutsam sein und auch mit dem Garen Geduld haben, sie werden schon irgendwann weich. Salz darf natürlich nicht fehlen. Jetzt kann ich schon mal einen Teller vorbereiten. Das Hummus wird mit dem Löffelrücken kreisrund verteilt. Darauf gebe ich das mittlerweile lauwarme Fleisch. Ich hatte nicht mehr sehr viel Hummus, dafür aber ziemlich viel Fleisch. Das Verhältnis sollte eigentlich mehr zwei Teile Hummus zu einem Teil Fleisch sein, aber was soll's, mein Mann hat's gefreut. Darum herum verteile ich nun die mittlerweile fertig gebratenen Zucchini-Scheiben sowie die Zwiebeln. Des Weiteren kommen noch Oliven dazu und weil wir es gerade da hatten, auch noch in Öl eingelegte getrocknete Tomaten. Wer eingelegte Peperoni zur Hand hat, kann diese auch noch auf dem Teller verteilen. Beim letzten Grillen hatte ich auf Vorrat eine Paprika gegrillt, die ich zwischenzeitlich enthäutet habe und sie hat auch noch Platz auf dem Teller gefunden. Rotes Gemüse macht sich immer gut für die Optik. Kleingeschnittene Tomaten kann man auch noch dazugeben. In die Mitte des Fleisches kommt auch noch ein Klecks Harissa, für alle die beim Essen noch einen kleinen extra Kick wertschätzen. Zum Schluss wird noch mit einem feinen Strahl Olivenöl das Essen verfeinert. Wenn euch mein Video gefällt, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, das war's auch schon. Dazu gibt es natürlich Pita Brot, das ihr hier im Bild links seht und unten rechts ist der Tomaten-Gurkensalat. Wäre es jetzt Sommer, würde ich auch noch Wassermelonen-Stückchen auf den äußeren Rand des Tellers legen. Ich weiß, es klingt ungewöhnlich, passt aber super gut zu diesem Essen. Vor ein paar Tagen habe ich Freunde mit dieser meiner Hummus-Interpretation überrascht. Sie waren total begeistert und wir haben zusammen einen wunderbaren Abend verbracht in ausgelassener Atmosphäre. Wer braucht schon Pommes mit Mayo, wenn man ein so leckeres Kichererbsenpüree bekommt? Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ihr könnt mir auch auf Instagram und Facebook folgen. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!